So ungefähr zu dem Zeitpunkt, als wir begonnen haben, Whisky Experts zu machen, hat sich Diageo dazu entschlossen, eine doch relativ deutliche Lücke in ihrem Portfolio zu schließen und mit dem Bullet Bourbon, den ich hier in den Händen halte, einen massentauglichen Bourbon auf den Markt zu bringen. Wie üblich hat sich Diageo dabei doch einiges überlegt. Man hat sich eine sehr ausgefeilte Background-Story einfallen lassen, die jetzt nicht zu 100% überprüfbar ist, die aber dem Produkt so etwas wie ein Markenbett gibt. Zweitens, finde ich, hat man mit der Flasche etwas sehr eigenständiges geschaffen. Die Flasche hebt sich komplett von der Flasche der Konkurrenz oder den Flaschen der Konkurrenz ab. Und drittens, ist man auch bei der Mash Bill eigene Wege gegangen und hat im Bullet Bourbon den Rye-Anteil fast doppelt so hoch gehalten, wie es man beim Mietbewerb gemacht hat. Die Mash Bill ist 68% Mais, 28% Rye und 4% Weizen. Und das ergibt einen sehr zugänglichen, sehr milden, zumindest in der Nase sehr milden Bourbon, der so diese typische Bourbon-Nase zeigt mit sehr viel Vanille, mit sehr viel Süß, ein bisschen Honignoten drinnen. Denn Rye hat man in der Nase nicht, den kriegt man dann beim Trinken. Es flutet zunächst einmal sehr süß an und dann kommt die Würzigkeit des Rye, die ein bisschen eine Pfefferminznote auch gibt, ganz verhalten, leicht, also nicht überbordend. Und im Abgang ist dann die Holzigkeit so spürbar, aber auch hier überwiegt eigentlich noch immer die Süße, die der der Bullet Bourbon hat. Nun, wir verwenden den sehr gerne für Longdrinks, wir verwenden den für Cocktails oder über Eis. Wenn wir Bourbon pur genießen wollen, dann ist der Bullet Bourbon, so wie er dasteht, nicht wirklich unsere erste Wahl. Da würde ich Ihnen eher zu einem ganz besonderen Bullet raten, der aber auch nicht so besonders teuer ist, nämlich den zehnjährigen Bullet, der ungefähr 15 Euro mehr kostet als der normale Bullet Bourbon. Der normale Bullet Bourbon ist für 20 bis 25 Euro im Handel erhältlich. Und dieser zehnjährige Bullet Bourbon, der ist wirklich für sich eine Wucht. Das hier, das ist ein netter Bourbon über Eis und für Cocktails. Pur, glaube ich, ist er für jemanden, der sich schon ein bisschen mehr mit Bourbons beschäftigt hat oder mit Whisky an und für sich. Nicht unbedingt die erste Wahl, was ihn nicht schlecht macht, denn für das, wofür er gedacht ist, nämlich in Longdrinks und in Shorts und so weiter, ist er wirklich gut. In diesem Sinne danke ich wieder fürs Zusehen und in diesem Fall mal Cheers.